ein großes joshihallo an euch alle und herzlich willkommen zu einem neuen part von let's play new pokemon snap leute es sind wenig her mir fehlt leider zurzeit bisschen mehr zeit deswegen habt bitte nachsicht wenn die videos jetzt ein bisschen seltener kommen tut mir ein bisschen leiden würde ich sagen aber ich hoffe ihr habt dafür verständnis ja wir werden jetzt in diesem part die höhlen von die duhs höhlen sie werden wir jetzt auf stufe zwei machen um dann die nächste gute freizuschalten um dann wiederum das nächste lumina pokémon zu finden wo ich ja sehr gespannt bin was denn kommt wir werden aber trotzdem versuchen einfach jetzt uns mehr darauf zu konzentrieren schöne fotos zu schließen das war zum beispiel nichts das war ein beschissenes foto ein sehr beschissenes foto aber man muss ehrlich sagen die wasser sehen so niedlich aus guck mal echt mega niedlich ich würde immer noch ja wissen was es ist an die quatsche ich erinnere mich die hat ja gänger gemacht gänger war ja hier der hatte ja gemacht gott bin ich doof zu lange her leute zu lange her das schlafende wasser quill ich schmeiße es mal mit apfel auch schlafen ich schlafe weiter okay zwei rocaras und einen ich finde sie am schlafen und die glippenunkel oh sorry glippenunkel ach der bunkel ein cooles pokémon giftkampf finde ich sehr sehr cool tatsächlich virtuell das ist so bis hier wachsen wir her ge nachvolleicht sind wir hier gelockt vielleicht so bis hier kommt zurück Nein, der Gänger. Oh, ist weg. Oh, da haben wir noch einen X-Bad. Und hier haben wir uns, was ich so cool fand. Wo wir ein Platin-Foto geschossen haben. Weil wir gut sind. Guck mal da. Wollt ihr was haben? Oh, schön, wie es am Essen ist. Wunderschön. Tatsächlich, wie gesagt, habe ich, glaube ich, im letzten Part schon gesagt. Ein Fossil-Pokémon, was ich sehr, sehr cool finde. Aus der vierten Generation. Dabei bin ich gar nicht so der größte Fan. Also, ich mag die vierte Generation so an sich. Ist okay. Was ist ein Steinstein? Genau. Ich erinnere mich so langsam wieder. Ich habe echt so lange nicht mehr gespielt. Ich habe echt eingerostet wieder. Gott, Leute. Ich muss mal gucken, dass ich mehr Parts mache. Echt. Ja, wir konnten jetzt nicht mit einem phänomenalen Foto schießen. Weil ich noch ein bisschen überfordert bin mit der ganzen Situation und so. Komm her, Ex-Machs. Gib mir mal ein schönes Foto. Komm her. Okay. Wir gehen auf unsere Rückkehr und erreichen jetzt Level 2. Und schauen, was wir dann für ein wunderbarer Pokémon sehen werden. Aber erstmal zu Professor Mewa. So, Ex-Bart. Haben wir leider kein wirklich besonders gutes Foto geschossen. Wir wissen es, dass... Und das wird auch nicht sonderlich gut sein. Mal zapf. Ah, das wird schwer. Das werden Fotos sein, die nicht zu überbieten sind. Also, die... Das nicht überbieten werden. Die werden nicht gut genug sein, die Fotos. Okay. Geben wir mal ab und sammeln die letzten Punkte, die wir brauchen. Ex-Bart. Wird definitiv nicht besser sein. Ne. Kleinstein. Glaube ich nicht. Oh, wobei... Tatsächlich. Besser. Krass. Wasapf. Einsteller haben wir noch nicht gehabt. Okay, das ist gut. Das ist ja ordentlich Punkte. Äh, ne. Silber. Ich dachte, Platin. Was? Hä? Ich dachte, ich guck blöd. Ja, dabei halten wir sie für sie für sie alte. Finantor. Natürlich nicht besser. Rokara. Ah, wobei, wer weiß. Doch, besser. Es war immer noch Kupfer, aber Bronze, aber... Bronze, aber... Einsteller in die Bunker hatten wir auch noch nicht. Das ist sehr gut. Und zwar auf Silber sogar. Hm, great timing. Tobias, drei Stelle, der hatten wir auch noch nicht. Wunderbar. Zwar Bronze, aber wir haben es. Rameidon. Zwei Sterne hatten wir auch noch nicht. Zwei Silbersternchen. Wunderbar. Wunderbar. Das hat immer Professor Eins gesagt. Äh, Professor Eins. Professor Eicher aus Pumons Lab 1 gesagt. Wunderbar, hat er immer gesagt. Das weiß ich noch ganz genau. Wunderbar. Oh, du hast einen neuen Forschungs-Lab erreicht. Halte deine Augen nach den Clans-Veränderungen offen. Okay. Strecke neu starten. Jetzt geht's an die Wurst, Leute. Jetzt geht's an die Wurst. Schauen wir mal, was sich verändert hat, was andere Pokémon wir finden. Vielleicht Möglichkeiten, eine neue Route zu finden, um dann das nächste Lumina-Pokémon zu erreichen. Denn das ist unser Ziel. So, was haben wir denn hier? Oh Gott. Holy shit. Wir müssen jetzt schön Ausschau halten, damit wir die nächste Route finden. Für die Lumina-Pokémon. Für das nächste Lumina-Pokémon. Okay. Sehr schön. Sehr schön. Schauen wir uns mal weiter um. Ich schaue mich einfach mal wild um. Auf der Hoffnung, was sehen zu können, was uns vielleicht weiterhilft. Das Wasser-Waschak viel fliegt, äh, fliegt. Genau. Schläft immer noch. Da ist eine Lumina-Blume. Haben wir ein Leuchten, ist wieder ein Tor. Ist auch okay. Das ist brutal. Warte mal, was passiert, wenn ich einen Apfel vorschmeiße? Das sieht cool aus. Wie ist der so böse aus? Boah, das war genial, Leute. Das war richtig genial. Geiles Gänger-Foto. Habe ich auch noch nie gesehen, dass Lumina-Pokémon wirklich wie Frösche auch ihre Backen aufblasen und so. Also aufquaken halt. Habe ich auch noch nie gesehen. Ich habe die Serie ja so nicht geguckt, die Staffel, wo Lumina-Pokémon unterwegs war. Mann, 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 Mann. Das ist alles, was ich weiß. Ja. Hallo, na. Ja, mach mal guck, guck. Da vielleicht durch, irgendwie? Kleinstein. Nee, anscheinend nicht. Oh. Bisschen aber nichts, Leute. Oh, verdammt. Verklickt. Also, wir werden den Aus eines anderen. Oh, verdammt. der konto ist nicht vorbei und wir haben die route nicht entdeckt das war ein sehr wunderschönes foto gerade noch erwischt aber wir finden die andere route nicht schade habe jetzt aber auch keine möglichkeit gesehen wo wir jetzt eine zweite route finden schauen wir mal wir gucken mal unsere fotos an ok wird nicht viel besser sein das ist sehr gut geworden ich glaube das wird hoffentlich platen gänger ja das ist guckt mal wie das da raus guckt das sieht so böse aus das ist schon geil schlafen ist nicht dunkel das finde ich ganz gut das ganz gut ja und das wo es so schön hinter der ecke hervorschaut das finde ich sieht schon sehr sehr cool aus ok das wird auch nicht besser sein doch es ist wow so knapp besser war es mit dem paar punkten ok na gut das sollte besser sein ach es ist nicht besser es ist nicht besser nein es ist besser genau die hälfte aber es ist auch nicht besser gänger drei stelle hatten wir noch nicht gib mir ein platin komm ah sogar nur silber warum gold immerhin besser als silber so bier ist das da wird das rechte viel besser sein zwar nur so ok nur silber aber ist ok nimm mich hin nice work ok nice work oh das wird besser sein ja es ist platin yes wunderschön mhm mhm ok leute ich weiß nicht was wir tun sollen mhm also ein lumina pokémon fehlt uns dann noch hm 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 ich guck mal grad hier ob man ich them ach so ok alle daten gespeichert ok man kann um sehr viel machen d photodex ok ach da können wir nur unsere bilder angucken Abenteuerdaten, okay. Und Album. Online-Funktion. Okay, hier wird mir nur grob alles erklärt. Online-Funktion, ja. Nein, eigentlich möchte ich doch nur wissen, eine Anzeige mit dahin. Okay, nee, hier kommen wir nicht weiter, Leute. Okay, aber wir brauchen immer noch das letzte Lumina-Pokémon. Okay, Leute, nee, nützt nichts. Dann proben wir es nochmal. Ich beschmeiß einfach mal jedes Pokémon mit Lumina bei und dann schauen wir mal. Dann sollte es schon irgendwie funktionieren, glaube ich. Probieren wir es nochmal. Vielleicht schießen wir nochmal so oder so und nochmal ein paar schöne Fotos. Mal gucken. Oh, Hafnir. Äh, nee, äh, äh, nee, nee, das war die Weiterentwicklung. Hab ich gar nicht gesehen vorhin. Wahrscheinlich meint, äh, 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 meinte er, wir sollen alle Pokémon fotografieren, die es hier gibt. Und es war anscheinend, äh, ja. FM hieß es, FM. FM. Genau, FM hieß es. Genau, und die Weiterentwicklung ist, oh Hafnir. FM, ja, ja. Ich erinnere mich. Wollen die mir irgendwas zeigen? Ich hab das Gefühl, die wollen mir irgendwas zeigen. Kann das sein? Okay, warte mal. Jetzt verändert sich aber was. Waschakweel? Ist jetzt wach? Hä, oder hat das nicht gezildert? Waren wir noch eins? Waren wir noch Forschungsstufe eins? Nein, oder? Hä, warum? Kommt mir das jetzt so anders vor alles? Hä, aber, hä, Driftlon? Hä, was hab ich verpasst? Hä, Leute, da stimmt irgendwas nicht. Warum, warum war das eben noch nicht? Okay. Wundert mich jetzt aber stark. Jetzt sind da unten auch Rameidons. Das ist ein Pipi. Hä, warum war das denn eben noch nicht? Äh, Leute, jetzt bin ich verwirrt. Ich bin verwirrt. Ich versteh's nicht. Oh, das ist ein Flurgeber. Das ist was, das ist was. Ja, komm. Okay, aber ich glaube, ich weiß, was wir machen müssen. Ich glaube, wir müssen den Stalarmiten gleich nochmal abschmeißen. Mit Äpfeln oder so. Hä, warum sieht das auf einmal so anders aus? Hä? What the fuck? Wo? Na, komm. Hä, das sieht aber ganz anders aus hier. Was ist hier passiert? Hä? Leute, was ist hier passiert? Hä, vorhin war das noch alles nicht. Was ist denn hier auf einmal passiert? Da hast du Hunger? Nö, wahrscheinlich so. Okay, okay, okay. Beruhig dich, Flunkiefer. Ich bin ja schon weg. Alter, krass. Das war ja auch noch nicht. Warum? Wieso? Was passiert? Ist hier eine Bombe eingeschlagen? Oh, die sehen niedlich aus. Ich mag die Weiterbildung tatsächlich sehr gerne. Die ist echt cool. Aber, habt ihr es gesehen? Oh, ich habe es nicht fotografiert. Die haben mit Ultraschallwellen, haben sie den Apfel gescannt und haben dann... Ah, komm. Ah, Ruin. Ja, okay. Wir sind hier... Richtig. Aber wie ist das denn jetzt passiert? Na komm, mach, scan noch. Scan noch. Ich kann nicht scannen. Jetzt. Okay, Leute. Ich bin sehr verwundert. Auf einmal haben wir ein komplett neues Gebiet in der Höhle. Was zum Teufel? Wie ist das passiert? Waren wir vorhin noch Rang 1? Level 1? Ich verstehe es nicht. Okay, ich bin doof. Irgendwas muss ich verpasst haben. Oh, das ist nicht das Nehme. Okay, ja. Mehr habe ich jetzt. Driftlawn. Bestes Driftlawn-Foto. Das Nehme natürlich. Pipi. Sehr schön. Mein Gott. Haben Froschemalz. Entschuldigt bitte, Leute. Mich bitte um Entschuldigung. Ah, nehme... Ah. Nehme das. Flunkiefer. Voll genial. Auch ein sehr cooles Pokémon. Nur ich verstehe nicht, warum es nachher den Feentypen bekommen hat. Ich verstehe es nicht. Erklärt mir das. Und neuer Vivillon. Also eine neue Art von Vivillon vom Muster her. Wir geben die Fotos ab und schauen mal, ob wir nicht sogar ein Platin-Foto geschlossen haben. FM. Ah, Gold. Ist okay. Gänger. Das wird definitiv nicht besser sein. Wer hätte das gedacht? Natürlich nehmen wir das Gold-Foto. Driftlawn. Ich schätze mal, das ist Silber. Oder Bronze. Es ist Bronze. Okay. Nein, ist okay. Ist in Ordnung. Pipi. Da denke ich auch so Bronze. Oh. Oh, Silber. Okay. In Ordnung. Nimm mich gerne an. Nimm mich gerne an. Ein Stern. Rameidon. Platin. Ja, what the fuck. Jetzt haben wir drei Platin-Fotos. Einmal ein Stern, zwei Stern und drei Sterne. Flunkkiefer. Da würde ich behaupten, wegen der Entfernung. Bronze. Da würde ich mir so ansehen. Bronze. Ja. Bronze-Foto. Ist okay. Zubiris. Zubiris. Nein. Ist nicht besser. Nein. Vier Sterne Vivillon. Ernsthaft? What the fuck. Bronze. Ja. Bronze. Aber okay. Riesen-Kristalle. Drach-Sammler. Stahl-Sammler. Und Flug-Sammler. Ach, und Typ-Geist-Symbol haben wir. Typ-Fee haben wir auch noch. Und Typ-Örne, Kristalle. Typ-Stach. Typ-Drache. Ach, okay. Jetzt geht's los, Leute. Ich glaube, wir kommen jetzt zum letzten Lumina-Pokémon. Okay, wir gehen in den Basis-Camp und schauen mal, was der Professor Mirror von uns möchte. Mirror? Mirror? Ich hätte nicht gedacht, dass es so tief unter der Erde Pflanzen gibt. Die Welt steckt voller wundersamer Orte. Professor! Hey, Professor, was wolltest du uns Wichtiges sagen? Ach ja, gute Neuigkeiten. Der Professor hat das Lumina-Pokémon auf Doros gefunden. Okay, Leute. Genau. In dem riesigen Hohlraum tief in der Höhle habe ich den besagten Energieanstieg gemessen. Das muss das letzte Lumina-Pokémon sein. Ihr wisst, was zu tun ist. Leute, dieses Lumina-Pokémon werden wir uns jetzt anschauen und werden das letzte Lumina-Pokémon finden. Yep. Ich bin sehr gespannt, was für ein Lumina-Pokémon jetzt auf uns zukommt, Leute. Oh, ich weiß, was es ist. Ich weiß, was es ist. Es ist ein Stahlhaus. Es ist ein Stahlhaus. Es ist sehr cool. Ich meine, Stahlhaus alleine ist schon sehr, 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 sehr groß. Okay, Samtäpfel in die Tunnel schmeißen, sagst du? Okay. Verdammt. Oh nein, das ist doch viel zu schnell. Ja, ja, komm, komm. Sehr schön. Ah, verdammt. Das war kein gutes Foto. Ah, war zu schnell. Ich muss sogar mehrmals treffen mit Lumina-Pokémon. Okay. Wo bist du? Ah, wo ist er hin? Gottes Willen, wie soll man denn davon ein Foto machen? Das ist doch unmöglich, Leute. Oh, Alter, sah das krass aus. Wo ist es hin? Wo ist es hin? Schöne Kristalle, aber ich will den Stahlhaus haben. Ich will den Stahlhaus. Wo ist er? Da kommt er jetzt wohl nicht raus, aber... Da. Da rein wahrscheinlich werfen. Da rein wahrscheinlich werfen. Anscheinend nicht. Aber sag nicht, wir kriegen jetzt kein Foto mehr davon. Ja. Aber ich glaube, es hat nicht ausgereicht, ne? Wir müssten ja... Ja, okay. Das war's. Ah, ich glaube, das Foto war nicht gut. Ne, haben wir nicht geschafft. Ah, verdammt. Das müssen wir nochmal machen. Ach, das ist ja sau schwer. Ich muss das mehrmals... ...numina-Kugel treffen. Leute, das will ich jetzt schaffen. Einen Versuch machen wir noch, Leute. Einen Versuch machen wir noch. Oh, das ist doch doof. Ja, müssen wir nochmal machen. Auf geht's. Einen Versuch steig noch, Leute. Einen Versuch steig noch. Jetzt wissen wir, wie es geht. Okay. Ja, da rauskommt's. Einen Ball habe ich getroffen. Ja. Sehr schön. Jetzt leuchtet es. Oh mein Gott. Nice, 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 nice. Oh mein Gott. Sieht cool aus. Oh, das sieht ja sau cool aus. Mit dem Muster auch und so. Das sieht ja voll geil aus. Das strahle aus. Oh, muss ich wieder mit Bellen bewerfen. Okay. Okay. Ah, shit. Okay. Okay, jetzt da rein. Da rein. Ich krieg's nicht erwischt. Ich krieg's nicht erwischt. Ich krieg's nicht erwischt. Weil ich kann auch schneller fahren mit. Ich kriege es nicht erwischt. Aber wenn wir noch ein tolles Foto kriegen, dann wahrscheinlich nicht. Er hat nicht ausgereicht, glaube ich. Das hat, glaube ich, nicht ausgereicht. Oh, diesmal hat es gezählt, anscheinend. Okay. Interessant. Oh, was ist das Ort, Professor? Oh, was ist das Ort, Professor? Okay. Eine Art Tempel oder sowas? Eine Halle? Okay. Okay. Das muss dann sein, wenn die Meteorite geschehen hat. Fantastisch, was ein Verbrechen! Das zeigt, was die Leute dann gesehen haben? Also, die Pokémon sind sie von den Meteoriten? Hm, die Pattern auf diesen Pokémon. Können sie Illumina-Pokémon sein? Die Illumina-Pokémon existieren bevor die Meteoriten fallen? Und, war es noch ein anderes Illumina-Pokémon im Zentrum? Okay. Oh, sorry. Ich habe ein bisschen verloren. Ich habe ein paar gute Daten für heute. Lass uns das, wenn du zurückkommst. Okay. Also, eigentlich gibt es sechs Illumina-Pokémon. Fünf haben wir und eins ist nicht zu sehen. Okay. Geht's also weiter. Dann sehen wir mal. Sag mir bitte, dass ich eins davon abgeben kann. Ja. Boah, sieht so cool aus. Das kann ich nicht, ne? Das sah furchtbar aus, das Foto, aber... Naja. Wenigstens haben wir ein Foto irgendwie. Halt riesengroß. Ein Gold, das ist okay. Damit bin ich vollkommen zufrieden mit einem Goldfoto. Damit bin ich vollkommen zufrieden mit. Und... Forschungsstufe 2. Wunderbar. Wunderbar. Unternötischer Wächter haben wir bekommen. Ein Comic-Filter. Und dann will Professor Mewor noch mit uns reden. Gut, das hören wir uns noch an. Und schauen mal. Mal gucken, was es jetzt hier zu besprechen gibt. Vielleicht noch ein neues Gebiet. Wir haben noch eine andere Einheit zu erfüllen bevor unser Survey ist zu Ende. Bereitete, für die letzte Frunzure? Okay, Leute Okay Ist ja interessant zu wissen Also es gab sie schon vorher Die Lumina Pokémon Okay Ja, also Prof. Mima ist ganz nach dem Häuschen Und dann Ja Wenn wir uns Aurem Ruindes Schutzes Okay Okay, Leute Ich schätze mal, dass der nächste Part der letzte Part sein wird Denn wir werden im nächsten Part das letzte Lumina Pokémon angucken Und ich habe so das Gefühl, dass es ein legendäres Pokémon ist Und ich bin sehr gespannt, was für eins das ist Leute Ich hoffe, dass es wieder hat euch gefallen Ich hoffe, ihr seid immer noch dabei Auch wenn ich jetzt Leider mit den Parts hinterherhänge Ich hoffe, dass es okay für euch So leid es mir tut Aber ich habe ja schon mal gesagt, dass Das YouTube Aufnehmen und so Für mich mehr ein Hobby ist Und ich versuche für euch Parts zu machen Wenn ich die Zeit dazu finde Und so Ich euch trotzdem noch ein bisschen unterhalten kann Aber Leute Ich würde mich bedanken Wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt Ein Abo da lasst Und vielleicht auf die Glocke drückt Damit ihr keins meiner Videos mehr verpasst Und ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal Wieder mit mir dabei seid Wenn wir auf die Suche gehen Nach dem letzten Lumina Pokémon Und bis dahin, Leute Der Yoshi Gamer hier Haut rein, Leute Bis zum nächsten Mal Ciao, ciao Yoshi